Nehmen wir mal an, ich habe hier eine Form aus verschiedenen Formen bestehend und möchte die entsprechend bewegen. Dann müsste ich praktisch jede Form mit Umschalttaste auswählen, also anklicken und erst wenn alle Formteile ausgewählt sind, könnte ich also hergehen und könnte diese Form entsprechend verschieben. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, nein, nicht hier entsprechend einzeln zu verschieben, sondern man wählt hier alle Formen erst einmal aus und dann kann man hier unter den Zeichentools Format, kann man sagen, wir gruppieren diese Form. Und jetzt sieht man auch schon am Rahmen, wir haben jetzt nicht sechs Einzelrahmen, sondern nur noch einen großen. Ich habe ja die Möglichkeit, entsprechend dann eine Rotation hier einzustellen. Ich kann auch die Proportion und Größe ändern, aber ich kann natürlich auch jetzt diese Form oder diese Formen entsprechend verschieben. Und wenn ich aber trotzdem wieder Einzelformen brauche, weil ich jetzt zum Beispiel ein Feld andersfarbig einfärben möchte, dann kann ich diese Gruppierung wieder aufheben, indem ich hier draufklicke, Gruppierung aufheben und dann kann ich zum Beispiel entsprechend eine andere Farbe setzen.